Das Original müssen wir hier wieder unterscheiden können. Wir haben das Bild, das gemalt wird. Das wird das Original von dem Maler aus der Seele etwas offenbar, was er aufs Papier oder aufs Leinwand bringen kann. Als Original sind wir in Wirklichkeit, in der geistigen Realität. Wir sind in der Berufung, denn wir als Weisheitspotenziale lernen uns erst im Laufe der Zeiten kennen, aus der Erkenntnis der Erfahrung, wie wir jeweils in der gegebenen Situation aus dem Weisheitspotenzial flüssen. Original sind wir vom Schöpfer als Mitschöpfende geschöpft auf dem Planeten erstens, aber wir werden auch Mitschöpfende in der Schöpfung bleiben, auch wenn die Planetenzeit vorbei ist. Original ist zeitlos.